Da sind sie draußen, die US-Arbeitsmarktdaten, und gar nicht so schlecht ausgefallen, zumindest mal die Non-Farm-Payrolls, genauso wie verabredet bzw. wie erwartet. Na, wirklich eine gute Nachricht ist das nicht, denn es bedeutet schon, dass es hier ein paar Dutzend wieder nach unten gegangen ist, ein paar Dutzend, Tausend natürlich, aber immerhin so wie erwartet, also nicht wirklich Überraschungen. Tatsächlich hat der Kurs auch kurzzeitig mal hier einen Schub nach oben gemacht, also wir haben gesehen, zumindest mal zeitweise konnten die Amerikaner doch den Käufer wieder motivieren, aber so wirklich gehalten hat das Ganze nicht, der Kurs ist anschließend doch wieder runtergekommen, also für eine wirklich überzeugende Situation hat das an der Börse noch nicht gesorgt. Wohin wird das Ganze jetzt führen? Na, wenn ich das wüsste. Tatsächlich aktuell ziemlich unentschlossen der Markt, immerhin so ein bisschen eine Bodenbildung, also ich sehe eine Chance, dass wir vielleicht vor dem Wochenende noch mal ein bisschen wieder hochkommen, aber echte Anzeichen, wenn ich ehrlich bin, sehe ich dafür aktuell noch nicht, also eher da ein bisschen abwartend sein. Natürlich kann man auf der Schiene argumentieren, Schub und Korrektur, wenn das zu sehen ist, egal ob im 5-Minuten-Chart oder später dann mal im größeren Bild, dann kann es dann tatsächlich wieder loslegen, aber im Moment ist das einfach noch nicht zu sehen. Der Markt ist noch nicht in Stimmung, sich hier für eine Richtung tatsächlich zu entscheiden. Abgesehen davon steht heute Abend ja auch noch an, das Tweet theoretisch oder der Tweet von Trump zur EU-Zoll-Situation. Das steht ja noch aus, nachdem ja gestern der Paukenschlag hier kam, die Zölle zu erhöhen für 300 Milliarden, für weitere 300 Milliarden, so muss man sagen, Importe aus China um 10 Prozent, jetzt schon mit der Ankündigung, das eventuell noch auszuweiten, auf 25 Prozent, also da ist noch eine Menge Sprengstoff mit da. Was leider gar nicht so sehr beachtet wird, ich aber durchaus wichtig finde, ist im Moment der Streit zwischen Südkorea und Japan. Warum könnte das interessant werden? Weil das die Chip-Industrie maßgeblich mit beeinflusst. Wir wissen, viele Chips kommen aus Südkorea auch, die durchaus mit japanischer Hilfe produziert werden, und zwar ein Gas, was benötigt wird, um hier diese hohe Qualität bei der Chip-Herstellung dann auch zu gewährleisten. Und da ist Japan absoluter Marktführer, 90 Prozent fast des gesamten Weltumsatzes. Dieses extrem reinen Gases wird da benötigt. Und Japan hat als kleine Racheaktion, so wird das zumindest von vieler Seite gesehen, oder sagen wir mal vorsichtig, als Reaktion auf die Anschuldigung, Mensch, Japan müsste doch noch Reparationszahlungen an die Zwangsarbeiter aus Südkorea aus dem Zweiten Weltkrieg zahlen. Da hat Japan gesagt, so, dann nehmen wir doch jetzt mal Südkorea von der Whitelist. Das heißt, wer noch Handel betreiben will mit Südkorea, das geht weiterhin, aber der hat es deutlich mühsamer und kann nicht einfach nur so durchgewunken werden, wie das früher der Fall war. Also, wir sehen da erst einiges an Spannung im Markt. Das kann durchaus große Auswirkungen haben, denn wenn sich Preise hier verteuern, weil Verfahren umständlicher werden, der Handel mühsamer wird, dann kann es bedeuten, dass die Chips teurer werden, damit die Endprodukte. Und das ist für den Verbraucher einerseits spannend, natürlich aber auch für die Zahlen bei den weltweiten Absatzmärkten. Also, Ungemach haben wir mehr als genug. Eines der größten Ungemache, das liegt uns noch bevor, nämlich das, was Trump heute für die EU vorschlägt. Da sind wir mal gespannt. Vorschlägt ist immer gut. Er setzt ja dann auch ziemlich tapfer gleich um. Lassen wir uns da also überraschen, was da noch kommt. Wirklich Stärke ist zumindest im Moment im Markt nicht zu sehen. Das ist bei Gold anders. Da haben wir auf kürzeren Zeitebenen einen schönen Schub nach oben. Aktuell wackelig nach unten. Also, wer auf der Suche nach Bullenflaggen ist, der kann da fündig werden. Und vielleicht bietet sich da in Kürze ein Trade. Also, Gold auf jeden Fall mal angucken. Und sowieso natürlich unseren Trade des Tages, unseren persönlichen Vorschlag, was man hier am aktuellen Markt noch machen kann. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie heute auf der richtigen Seite des Marktes sind, dass Sie nicht gebeutelt wurden, sondern dass Sie vielleicht Ihren Spaß hatten an den Märkten jetzt schon oder noch haben werden. Ansonsten ein wunderschönes Wochenende. Und anschließend bis nächste Woche. Bis dann. Bye, bye.